Musik Guten Morgen liebe Traderinnen und Trader, heute der Start ein bisschen holprig, etwas später ein paar Minuten hier, der Livestream heute aufgrund von kleinen technischen Herausforderungen mit Facebook, die machen da irgendwas hinten dran, sodass der Livestream dort nicht geht. Ich stelle das Video dann im Nachgang allerdings direkt auch noch für unsere Facebook Zuschauerinnen und Zuschauer hoch. Das heißt heute hier geht das Ganze über Zoom. Ich hoffe Ton und Bild sind über Zoom auch gut zu sehen. Und wir starten hier, wir sehen es im Hintergrund, der DAX mit einer Rallye möglicherweise Richtung Allzeithoch. Wir schauen mal drauf auf den Chart, was hier an dieser Stelle passiert. Weiter geht es dann sozusagen noch mit ein paar Währungen. Das haben wir ja auch immer so, beziehungsweise erst einmal mit einer Währung. Und zwar dem Währungspaar Austral-Dollar, US-Dollar. Und dann schauen wir auch noch, was der Silberpreis macht. Silber auch sehr, sehr interessant momentan. Wir schauen mal, wo die Risiken auf der Unterseite liegen und was möglicherweise an Potenzialen aus der Korrektur raus auf uns warten kann. Das Ganze, wie schon gesagt, jetzt gleich direkt in der Live-Besprechung. Weiter geht es mit dem Risikohinweis. Ich bitte wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das haben wir auch besprochen. Und dann blicken wir mal eben noch in die Nachrichten rein. Rückwirkend zu den Nachrichten noch zwei Dinge. Erstens, gestern das Biesburg, der US-Konjunkturbericht, der auch für die FED sehr, sehr wichtig ist. Den schauen wir uns am Freitag an, also morgen sozusagen, nach den wichtigsten Fakten hier an den Märkten mit ein paar Handelsideen. Und natürlich den großen Index-Check. Arbeitsmarktbericht gestern, der war ein bisschen tricky. Zwar waren die Zahlen deutlich besser als im Vormonat, das heißt, es wurden ungefähr doppelt so viele Stellen geschaffen wie im letzten Monat, aber nur halb so viel, wie die Analysten erwartet hatten. Allerdings hat das den Rally-Modus der Indizes in keinster Weise irgendwo gekratzt. Und der Ölpreis des gestern, beziehungsweise die Öllagerbestände, die haben auch wieder deutlich abgenommen. Also, da gibt es weiterhin gemischte Bilder von der Wirtschaft, aber den Indizes ist es momentan relativ egal. Und der gesunkene Euro, der stützt so ein bisschen den DAX, aber das schauen wir uns gleich mal noch mit an. Was wartet heute? Ein Reigen von Einkaufsmanager-Indizes. Wir sehen es hier in Deutschland, bekommen wir um kurz vor 10 den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung. Um 10 Uhr dann das Ganze entsprechend auf EU-Ebene, Gesamtindex und die Dienstleistung. Dann bringen die Briten um 10.30 Uhr ebenfalls gleiches vom Einkaufsmanager-Index. Und aus den USA geht es dann oder in den USA geht es dann nach der Mittagspause vor offiziellem Handelsstart hier um 14.30 Uhr weiter mit den Erstanträgen auf die Arbeitslosenhilfe. Dann gibt es um Viertel vor vier den Einkaufsmanager-Index und dann um 16 Uhr den ISM-Einkaufsmanager-Index. Also heute wieder ein großer Tag für die Einkaufsmanager sozusagen. Und wen es interessiert, 18 Uhr spricht Bank of England Governor Bailey. Mal schauen, was dort passiert. Das hat nicht immer so dramatische Auswirkungen, als wenn der FED-Präsident spricht oder Frau Lagarde. Aber möglicherweise doch das ein oder andere hier zu sehen. Das die Vorschau auf die Tagesnachrichten. Und wie schon gesagt, wer von unseren Zoom-Zuschauerinnen und Zuschauern heute auch Fragen hat, bitte rein in die Chats. Sie sehen gerade das Guten Morgen, kommt auch an. Danke dafür. Also bitte einfach hier an dieser Stelle Wunschmärkte gerne direkt rein. Und wir machen los mit den Charts an dieser Stelle. Wir blicken wie immer hier das Thema mit den Charts auch an im Meta-Trader hier zusammen mit dem Stereo-Trader und dem MTON-Live-Signal. Der zeigt uns so ein bisschen die Trends an hier für die Trenderkennung im kurzfristigen und auch für den mittelfristigen Handel. Sehen wir hier im DAX auf der Tagesbasis. Ich muss mal kurz hier ein paar Linien rauslöschen, die wir zunächst erstmal nicht brauchen. Da sehen wir hier den DAX im großen Bild. Und das große Bild ist der Tageschat. Der Tageschat ist mittlerweile wieder oder ist jetzt in den letzten Wochen schon schön aufwärts gerichtet. Wenn wir uns mal das letzte Stückchen anschauen, also diesen Bereich hier hinten, dann sehen wir es. Hier kam in der vorletzten Handelswoche knapp unter dem Zwischenhoch, unter dem, was war es gewesen, das Juli-Hoch hier bei 3.315 Zählern. Erst einmal wieder so ein bisschen der Rückwärtsgang rein, aber die Korrektur, die wir hier in den letzten Tagen gesehen hatten, die hat schon arg gebremst am Dienstag hier an dieser Stelle. Da kam es unten am Tief bei 12.848 Zählern zu einem Bremsmanöver. Und gestern kannte der DAX hier kein Halten mehr. Der ging einfach steil ab wie eine Rakete zu Handelszeiten hier Richtung dieses Monatshoch vom Juli- und Nachhandelsschluss in Deutschland wohlgemerkt. Der DAX handelt ja weiter, aber die offizielle Handelszeit, die Händler packen ja 17.30 Uhr ihre Sachen zusammen und gehen in den Feierabend. Und das ist dann der Xetra-Schluss sozusagen, aber danach ging es hoch. Wir sehen es hier oben drüber. Wir haben das Juli-Hoch rausgenommen, sind hier im Tageshoch drüber gegangen. Bei 13.300 etwas unter 60 Punkten ist der Handel hier zu Ende gegangen. Ja, und jetzt stehen wir halt oben drauf. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant. Kommen die Käufer zurück in den Markt, haben wir nämlich etwas Schönes oben liegen. Und zwar, wir sehen es hier oben schon, das Allzeithoch, das rückt in greifbare Nähe. Das haben wir oben liegen bei 13.826 Zählern. Und zwischendrin, da müssen wir jetzt mal hier hinten reinschauen, schaut euch mal hier oben das Gap an. Dieses Gap, was hier gerissen worden ist, da ist eine Lücke zwischen 13.430 Zählern. Das ist hier dieses Hoch, also dieser Eröffnungskurs und hier dieser Schlusskurs bei 13.557 Zählern. Das ist mal so die Lücke zwischen Close und Open. Ja, da kann man auch sagen, hier, wir haben ja noch ein Tagestief und ein Tageshoch. Das kann man sehen, wie man lustig ist. Auch da gibt es eine Lücke. Das heißt, da haben wir einen Gap. Mal schauen, was der Markt da dran macht. Das ist ja dieser ehemalige Verkaufsbereich hier um diesen Punkt. Wenn dort auch Kaufstärke reinkommt, dann ist es nur noch wirklich Makulatur, hier oben aufs Allzeithoch drauf zu gehen. Also, da ist noch ordentlich Weg nach oben hin. Und wenn wir das sehen, was wir an den US-Märkten auch sehen, dass Hochs, Jahres- oder auch Allzeithochs hier gekauft werden, holla die Waldfee, dann ist the sky the limit. Mal schauen, wie es weitergeht. Der Markt ist momentan auf alle Fälle optimistisch hier. Der Blick in den Tag hinein. So, und jetzt machen wir mal noch zweites oder was folgendes. Und zwar, wir müssen mal ganz kurz hier noch in den Stundenchart reingehen. Und hier, das machen wir uns, das schauen wir uns jetzt mal an hier. Und zwar, hier an dieser Stelle gucken wir uns den Stundenchart an, der Verlauf der Stunde. Und der ist nämlich sehr, sehr interessant. Ich habe das im Blogbeitrag auch geschrieben. Hier, wenn wir uns die Stunde mal anschauen, nach oben hin, wie schon gesagt, da ist der Markt halt offen. Das heißt, sobald sich der laufende Trend, also den, den wir hier schön sehen, nach oben hin fortsetzt, ist alles schick. Das ist überhaupt kein Problem. Entscheidend wird jetzt erst mal sehen, oder zumindest sein, wie wir hier so ein bisschen zur Markteröffnung reinkommen. Warum wichtig? Schaut euch das mal an. Wir sind hier momentan um dieses im Stundentrend ersichtliche Ausbruchslevel hier. Was haben wir hier liegen? Um die Marke von 13.305 in etwa. Da sind wir momentan verortet. Das ist der letzte Kaufbereich, als es hier nochmal den Schub nach oben reingab. Wenn wir hier nicht direkt die Käufer wieder reinbekommen, dann schaut es eher so aus, als wenn wir ein bisschen nach unten die korrektive Phase sehen. Aber das ist kein riesengroßer Beinbruch. Warum nicht? Wir haben ja noch ein paar Level unten liegen. Und wenn wir uns hier beispielsweise mal auf das beziehen, was wir haben, nämlich die Zwischentiefs, dann haben wir hier um das Zwischentief hier bei knapp 13.100. Und was haben wir hier unten liegen? Wir gucken mal kurz das Low 78. Hier ein Zwischentief liegen. Das nächste kleine Zwischentief haben wir dann hier unten liegen, um die 13.005, 6 Punkte Marke. Und dann haben wir hier das größere Zwischentief aus diesem größeren Schwung nach unten bei 12.848 Zählern. Also wir haben da einiges auf der Unterseite liegen. Was den ein oder anderen Händler noch freuen kann, ist der Blick hier auf diese kleine Ausbruchszone hier im Stundenchart hier in diesem Bereich um die knapp 13.260 Zähler. Das ist gut. Und dann haben wir hier unten noch dieses Drehlevel, als der Markt hier unten sich entschieden hat. Okay, wir gehen hier rauf. Warum nicht hier oben? Warum hier unten? Ganz einfach. Wir sind oben an die knapp 13.060 Punkte Marke herangelaufen, haben kurz verharrt und dann, bam, ging es nach oben. Und deswegen sind diese Level da. Also wir haben durchaus einige Pivotpunkte im Sinne des übergeordneten Tagestrends liegen, wo wir in einem Rutsch nach unten hier korrektiv tätig werden. Und das Bild, ich zeichne es mal ganz kurz ein, was wir hier im DAX auch haben, dass wir das Longbild auch bemauern können. Und hier der große Trend in der Stunde beispielsweise, wenn wir uns das mal anschauen wollen hier, da haben wir halt hier den Bewegungstrend. Der ist halt da und der kann jetzt ohne weiteres der Bewegungstrend mal hier in die 13.180 rein korrigieren, ohne den Bewegungstrend kaputt zu machen. Geht es tiefer rein aus technischer Sicht? Wie schon gesagt, die Marke auf der Unterseite, die haben wir gerade besprochen. Und wie schon gesagt, dieser Bewegungstrend, der hier angefangen hat, ich zeichne es mal ganz kurz ein, kleinen Augenblick. Da haben wir es hier, den Lower Timeframe mal rein. Schaut es hier unten, der kam hier unten durch. Und da haben wir sogar noch hier einen tieferen Punkt, hier unten dieses erste Zwischentief, um die 12.940 Punkte Marke. Da ist einiges da, was man gut als Pivot-Punkte nutzen kann. Und wie schon gesagt, der Markt trendet hier schon leicht nach unten. Also das sind sozusagen die Trends, die wir im kleineren sehen. Wenn wir uns das mal kurz in den 5 Minuten anschauen wollen, da ist halt einfach hier das Ganze nach oben. Und jetzt läuft es Stück für Stück unten rein. Das sehen wir. Und wenn sich das nach unten fortsetzt, das sind dann genau die Anlaufpunkte, die wir hier entsprechend im DAX auf der Unterseite auch mit haben. Das zum DAX. So, dann gehen wir kurz in die Währungen rein und schauen mal eben kurz auf Austral-Dollar, US-Dollar. Das Ganze hier im Chart. Kurzen Augenblick, jetzt muss ich das mal suchen. Hier ist er, der Austral-Dollar auf Tagesbasis im Aufwärtstrend. Sehr, sehr schön befindlich. Und ich hatte ja schon ein bisschen was dazu gesagt zur Dollar-Stärke momentan. Das drückt natürlich hier ein bisschen auf die Kurse oben raus. Das haben wir ja beim Euro-US-Dollar gesehen. Beziehungsweise also diese Stärke an sich im Dollar, das beflügelt halt den einen Wert, den anderen drückt so ein bisschen nach unten. Und beim britischen Fund geht es ja auch nach unten. Austral-Dollar, US-Dollar geht es auch nach unten. Das sind so die Marker, wenn der Dollar ein bisschen stärker wird, dann gehen diese Währungen halt in die korrektive Phase rein. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal kurz im Aufwärtstrend auf Tagesbasis im Austral-Dollar anschauen, dann sehen wir halt, der Markt ist hier unten von 0,67,7 weit gelaufen auf 73,9 oben drüber hier. Also auf gut 74 Cent sozusagen, also auf 0,74, da ist jetzt Luft nach unten. So, wo finden wir denn Anlaufpunkte? Ich mache das Ganze hier mal ganz kurz etwas größer und zwar Anlaufpunkte mit Blick auf das, was wir untergeordnet sehen. Also das hier, was hier so fein gestrichelt ist, wartet mal, ich mache mal das Ganze etwas breiter. Ich hoffe, man kann es dann etwas besser lesen. Hier, das ist die Lesweise. Schaut mal, das ist der letzte Trend nach oben und hier haben wir schön den langen Bewegungsarm und der wird halt jetzt entsprechend korrigiert an diesem Punkt. Und da müssen wir einfach mal schauen, wo sind denn interessante Punkte? Und interessante Punkte sind erst einmal selbstverständlich hier das Ausbruchslevel ganz knapp um die 0,72,7, 0,72,8 in etwa hier oben rum. Das wäre mal der erste Marker. Und dann können wir uns hier mit Bezug auf den letzten untergeordneten Bewegungsarm, wenn wir nur mal die Stunde nehmen, ja, da haben wir hier erst einmal Platz unten rein. Hier, wir sehen es bis unten in das Level um die Marke von, naja, knapp 0,71,4. Hier, das ist da, das ist nur der letzte Bewegungsarm und das ist nur die Stunde und nur der Bewegungstrend. Geht es in eine tiefere Korrektur, wir sehen es hier auf der Tagesbasis, dann haben wir schön erst einmal das Ausbruchslevel um die Marke von 0,75 mit stehen, sollte es tatsächlich tief reingehen. Und das ist interessant und da schauen wir uns jetzt gleich mal noch die untergeordnete Zeiteinheit an. Ich gehe mal eben kurz in den Stundenchart mit rein. Warum? Da sehen wir nämlich momentan sehr, sehr schön, wie der Markt nach unten trendet. Wie er an wichtigen Markern auch hält. Und dann sehen wir halt hier, wartet mal, ich nehme mal kurz diese Marke raus hier, die brauchen wir jetzt aktuell nicht. Also hier vom Hoch oben rauf geht es jetzt runter in die Korrektur. Und wie gesagt, schaut mal hier, das ist das, was ich gerade im Tag eingezeichnet habe hier mit diesen Linien. Und das haben wir natürlich die Anlaufpunkte. Und wenn wir uns das mal eben anschauen wollen hier, das ist ein Ausbruchsbereich, das heißt also ein Supportbereich, den wir hier auf dieser Linie drinnen liegen haben. Hier unten an dieser Stelle haben wir einen Swinglow-Bereich auf diesem Aufwärtstrendbereich. Auch das ein Marker, wo wir durchaus Halt sehen können. Diese Punkte sind definitiv da. Und dann das, was wir hier unten sehen, dieser etwas ältere Haltebereich alleine im Stundenchart rauf zu sehen. Und das ist das, was dann immer interessant ist hier an dieser Stelle. Und das müssen wir einfach schauen, dass wir das auch als Händler mit abziehen können. Richtig beeinflusst war durch die Trends und die richtigen Stellen raussuchen. Und schaut mal, hier haben wir halt schön den Aufwärtstrend am Laufen. Und das, was wir hier jetzt wirklich gerade sehen, ist der Korrekturtrend zur Unterseite hin. Der Bewegungstrend der Stunde ist gebrochen. Und jetzt haben wir die Wege halt nach unten da. Die Drehlevel sind auch da. Und hier diese Marke ist auch noch wichtig. Also da sind schon ein paar Dinge drin, die wir nach unten mit reinnehmen können. Das ist interessant. Und ich habe das gestern auch an anderer Stelle schon mal zu ein paar anderen Händlern gesagt, die wir auch sozusagen im FX-Bereich betreuen. Wenn wir jetzt die Korrekturen haben, die Trends sind ja weiterhin intakt. Das heißt, die großen Aufwärtstrends des Tages sind intakt. Hier sollten wir uns schön auf die Lauer legen. Wenn die Trends tatsächlich wieder eine Fortsetzung finden und eine Umkehr haben, können, dass wir dann die Umkehr mitbekommen und schön nach oben traden können. Das könnte dann ein gutes Geschenk an den Märkten sein. Und das ist das, worauf wir hier durchaus auch warten können. Das heißt, die kurzfristigen Trader, schaut mal hier, da ist jetzt die Trendfortsetzung gewesen. Das geht nach unten. Und wie ich schon gesagt habe, kurzfristig ist hier der Schub nach unten da. Hier im Lower Timeframm zeichnet es gleich mal an. Hier der Markt trendet nach unten. Und solange wie das intakt ist, haben wir hier die Marker zur Unterseite definitiv mit da. Und damit gehen wir hier von der Währung in den Rohstoff und zwar zu den Edelmetallen. Gold hatten wir ja schon mal kurz auf der Uhr. Da hatte ich ja besprochen, der Ausbruch aus dem Dreieck ist momentan ein bisschen wieder abverkauft worden. Das heißt, zunächst erst mal ein klassischer Fehlausbruch. Deswegen schauen wir immer drauf auf beide Strategien, damit auch hier jeder so ein bisschen sich ganz einfach mit ausrichten kann. Was er machen möchte, mittelfristig, kurzfristig oder längerfristig zu traden. Im Silberpreis sieht das ähnlich aus. Also auch der Silberpreis gibt ordentlich ab hier an dieser Stelle. Kurzen Augenblick hier das Ganze nochmal einrichten ins Bild. Aber man muss hier einfach auch mal ein bisschen konstatieren. Halt, Moment. Wir sind hier. Schaut euch das mal an. Das hier ist schön der Aufwärtstrend, den wir am Laufen haben, auf der Tagesbasis. Und es ist halt immer so ein bisschen manchmal wackelig hin und her. Die Märkte bewegen sich natürlich. Das übergeordnete Bild ist hier selbstredend aufwärts gerichtet. Schaut euch das mal an. Seit dem Jahrestief hier unten unter der Marke von 11, was haben wir hier unten drinnen? 11,80, 11,70, 11,60. Was war das Tief hier unten? Müssen wir mal schauen. Ja, knapp 70, 11,70 etwas unten drunter. Schiebt der Markt einfach brutal nach oben mit sehr, sehr starken Kerzen hier nach oben und nach unten. Das heißt, wir haben eine relativ hohe Volatilität in diesen Märkten. Und das bringt uns halt auch immer dazu, dass der Markt etwas hier auch Stück für Stück nach unten mitgeht in die korrektive Phase rein. Und wenn wir uns den Silberpreis hier an dieser Stelle auch mal mit anschauen wollen. Schaut mal, wir haben das kleine Zwischentief hier unten, den Kaufbereich um die Marke von etwas über 26 US-Dollar. Das ist ja aktuell das Trend-Tief. Bis dahin kann der Markt ohne Probleme korrigieren. Schaut mal, und hier oben hatten wir um die Marke von knapp 28,87 das Hoch. Und wie schon gesagt, hier das nächste Hoch haben wir dann schon liegen hier im Trend. Der Schub im Jahr nach oben bei 29, knapp 83. Da ist also einiges an Potenzial da. Und auch hier schauen wir uns mal kurz den Korrekturverlauf mit an. Hier blicken wir auch mal eben in die Stunde rein. Und da sehen wir es nämlich sehr, sehr schön. Schaut es euch an. Hier, das ist der Trend momentan, den wir auf der Tagesbasis haben. Und das hier ist der untergeordnete Korrekturtrendverlauf. Und dieser Korrekturtrendverlauf, der hat auch Platz zur Unterseite. Der nächste Anlaufpunkt, nachdem wir hier dieses Level um die 26,78 jetzt anlaufen oder knapp 26,80, wenn wir hier tatsächlich drunter durchfallen, ist dieser Bewegungstrend hier weiterhin natürlich, dieser Korrekturtrend, entschuldigt, nach unten intakt. Hier sieht es auch nicht so aus, als wenn der Markt jetzt plötzlich anhalten sollte, wenn man mal diese starke Abgaben hier sieht. Nächster Anlaufpunkt, wie ich schon gesagt habe, wäre dieses kleine Zwischentief um die 26,50. Und dann schon hier unten der Bereich grob ums Trendtief, um die Marke von 26 US-Dollar. Da haben wir einige Punkte drauf. Short erst einmal im mittelfristigen Bereich, also tiefere Korrekturen sind dann zu erwarten, wenn wir tatsächlich dieses Zwischentief hier unten rausnehmen. Das würde dann nämlich dafür sprechen, dass dieser kleine Trend auf Tagesbasis erstmal nach unten rausgenommen wird. Und in dem Fall würde hier dann dieser Schwungbereich unten um die 24-Dollar-Marke erstmal wieder in den Fokus der Trader rutschen. Da muss man sehen, was kommt. Auch hier bitte ich darauf zu achten, die Umkehrsituation, ähnlich wie ich es gerade im Austral-Dollar, US-Dollar gezeigt habe, wir haben hier einen schönen Bewegungstrend nach unten. Und wenn wir hier tatsächlich im übergeordneten Aufwärtstrend die Umkehr sehen im Stundenschart, das wäre ein gutes Signal hier, dann die Long-Seite zu bespielen. Das ist die klassische Umkehr der Nachfrage, übrigens auch ein Thema in dem Seminar im September. Das wäre der Umkehrweg, sowas zu erkennen. Und da haben wir dann die guten Chancen, wenn die Händler wieder zur Oberseite aufspringt, hier zunächst erstmal wieder Richtung 28, 68 reinzulaufen. Beziehungsweise hier, schaut mal, hier haben wir noch ein paar Zwischenhochs um die 27, 71, beziehungsweise hier oben ganz grob den Bereich um die, naja, 28, 30. Da haben wir ein paar Anlaufpunkte, die durchaus die positive Bewegung an den Märkten mitspielen können. Also es bleibt hier sehr, sehr spannend zu sehen, was wir hier haben. Und damit nochmal ganz kurz der Blick in den Euro mit rein. Euro, US-Dollar weiterhin im Abgabemodus. Da hatten wir ja auch schon über die Korrektur besprochen, die wir hier gerade sehen. Also hier auch im Aufwärtstrend. Und hier im Euro, US-Dollar wird es jetzt wirklich spannend. Wenn wir mal sehen, wir haben von 1,20 mittlerweile abgegeben auf die Marke von unter 1,18. Hier ist also ordentlich Abgabedruck da. Spannend zu sehen wird es jetzt hier. Was macht denn der Markt hier unten in diesem alten Auffangbereich hier? Diese Marke von, na, was haben wir hier unten drin liegen? Kurz hier die 17, naja, knapp 50. Dieser Schwungbereich hier unten hat ja oftmals gehalten. Mal schauen, ob es wieder hält. Wenn wir uns mal kurz den Zeitrahmen auch anschauen wollen. Es ist ein Aufwärtstrend, der ist übergeordnet da. Und wenn wir uns den kleineren Trendverlauf mal anschauen. Ohne weiteres hier, wenn wir mal reingehen wollen, die untergeordneten Zeiträume. Hier haben wir die 17,52, so 1,17,52 jetzt nächster Anlaufpunkt. Und dann ist hier drunter dieser Schwungbereich drinnen. Also das ist nach oben hin weiterhin möglich. Wir haben eine ordentlich tiefe Korrektur hier am Laufen. Jetzt ist es natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, was passiert. Wir haben hier in diesem Bereich um die Marke zwischen 1,17,20, 1,17,50 viele, viele Käufer gehabt. Hier wurde immer wieder Upwork aufgekauft. Und wenn dieses Level plötzlich reißt, das könnte dann ordentlich Druck in die Märkte bringen. Und relativ flott dann zu einem Kursrutsch hier um die Marke von 1,15,7 mit drauf gehen. Da müssen wir mal kurz in die Woche gehen. Schaut mal hier, das war dieses Schub, dieses Kauflevel hier, als wir diese Marke rausgenommen hatten. Da könnte einiges mit kommen hier. Das ist sehr, sehr interessant, was wir hier sehen. Also das ist rausgenommen. Und wenn wir hier unten diesen alten Kaufbereich rausnehmen, dann ist der nächste Schub nach unten hier dieses Level um die 1,15,7. Da ist Luft nach unten. Noch ist es nicht so weit. Es ist also immerhin wichtig, die Kurzfristigkeit auch mit dem Bilde zu haben. Und wenn wir uns das mal anschauen, hier der Euro auch wirklich sehr, sehr stark abgegeben. Vielleicht kommt es hier unten in diesem Bereich wieder zu einer Umkehr. Und dann haben wir auch hier die Chance, den Oberweg wieder aufzunehmen. Das heißt, den aktuellen Trend wieder mitzureiten in Richtung der Hochsrichtung 1,20 auch hier. Das ist ordentlich was für die Watch. Der Abwärtstrend, der Korrektive ist momentan weiterhin intakt. Und den gilt es halt einfach im Auge zu behalten. Und der ist momentan im kurzfristigen Bild halt die Richtungsvorgabe. Und damit hätten wir auch dieses Währungspaar besprochen. Und wie schon gesagt, der DAX an sich hier, wenn wir uns den mal eben anschauen wollen, der ist momentan schön sozusagen oben befindlich, testet gerade dieses Ausbruchslevel, was wir hier gesehen haben, um die 13.300 Punkte Marke. Da haben wir so eine kleine Range. Das ist jetzt hier mal ganz kurzfristig gesprochen hier oben drüber. Und wenn wir diese Range hier, die Seitwärtsrange, die wir hatten, jetzt wirklich nach oben schieben, dann ist der Markt beflügelt. Und dann können wir hier im Kleinen durchaus hier in dem 5-Minuten-Chart auf 13.365 Zähler flott rangehen. Und dann hier aufs Tageshoch bei 13.300 etwas um die 80-Punkte Marke. Also wie schon gesagt, im DAX hier die Luft nach oben da. Das bleibt sehr spannend. Damit gebe ich jetzt sozusagen den Weg hier frei für den Hand. Ich wünsche allen erfolgreiche Trades. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, dass der Facebook-Stream morgen dann wieder normal funktioniert. Also allen gute Trades empfehlen Sie uns weiter und bis morgen um 8.30 Uhr. Tschüss.